Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Radikale Ehrlichkeit, macht das Sinn oder ist das unklug? Ja, wenn jemand Ehrlichkeit schätzt, ist das immer von Vorteil, weil ehrlich wird am längsten, wie schon dieses Sprichwort heißt, und ich weiß dann, dass ich für mich ein gutes Gewissen habe, weil ich habe nichts zu verbergen und ich kann die Dinge so auch auf den Tisch legen, weil es gibt für mich nichts, was ich schönreden muss, was ich irgendwie verdrehen muss, sodass es sogar dann am Schluss schon eine Lüge wird. Also Ehrlichkeit ist etwas total Kostbares. Es gibt aber auch Menschen, die erschlagen mit der Ehrlichkeit jemand anderen. Die sind so radikal ehrlich, dass es einfach unangenehm ist. Also es ist unpassend, wenn ich jemandem sage, du bist so hässlich, also das ist kaum zum Anschauen. Das ist vielleicht radikal ehrlich, aber es ist nicht okay, es ist nicht wertschätzend. Und deshalb hilft die blanke, radikale Ehrlichkeit in meiner Wahrnehmung nichts, weil ich kann mir das denken, dass die Person eine schlechte Eigenschaft hat, was auch immer, aber ich muss es hier nicht reinknallen. Wenn es natürlich darum geht und die Person fragt mich, bin ich schön? Und ich muss ehrlich empfinden, die Person ist überhaupt nicht schön. Und es ist erschütternd, wie sehr sie sich auch nicht schön gemacht hat und wie man sich auch besser, schöner machen könnte. Ich habe jetzt eine Person wirklich im Blick, die sich durch furchtbares Schminken und so, wo man sich denkt, hey, bitte, hast du noch nie eine Farb- und Stilberatung gemacht, hast du noch nie mit jemandem geredet, wie du dich, also auch passend schminken kannst und auch anziehen kannst und so. Na, weil die hat eine ganz schwere Persönlichkeitsstörung und die kann das nicht wahrnehmen. Und da weiß ich dann, also in dem Fall weiß ich, dass die Person eine schwere Persönlichkeitsstörung hat und da kann ich mit ihr dann auch reden, wie ist denn ihre Selbstwahrnehmung, wie ist die Fremdwahrnehmung, die ist ganz gestört bei dieser Person und da kann man dann auch schauen, was wäre denn so, was findet sie denn als schön, was wäre für sie wichtig, wie möchte sie wirken, da muss man dann erst alles aufbauen. Aber wenn ich jemandem unvoreingenommen begegne, ich bin ja nicht immer psychotherapeutisch quasi im Dienst, sondern auch mal ein ganz normaler Mensch, ja, dann kommt auch nicht die Frage, bin ich jetzt schön, sondern dann kommt eher die Frage, hast du Lust mit mir jetzt da, keine Ahnung, wandern zu gehen, und dann kann ich gar nicht ganz sagen, was jetzt da in mir ist, habe ich jetzt Zeit dafür, ist das jetzt gut abgestimmt, kann ich mir das einteilen und habe ich auch Interesse jetzt zu wandern, ja, ist es gesund, ja, ist es gesund, habe ich die Zeit, ja, ich habe die Zeit und möchte ich mit dieser Person jetzt Zeit verbringen, ja, auch, also kann ich sagen, ja, es ist in Ordnung. Wenn ich mir denke, ich habe von der Person was, wenn ich jetzt wandern gehe mit der, obwohl ich eigentlich gar nicht will, aber es ist wichtig, dass ich mit der wandern gehe, weil sonst hilft mir die nachher nicht beim Rasenmähen, ja, dann muss ich das eben abwägen und dann bin ich nicht mehr radikal ehrlich und wenn ich sage ja, aber eigentlich, ich sage nur ja, weil ich nachher will, dass der Rasenmäht und dann enttäuscht bin, dass der nicht mehr Rasenmäht, weil der ist müde vom Wandern, hat das wenig Sinn. Und deshalb ist es viel gescheiter zu sagen, ehrlich gesagt ist mir wichtig, dass wir heute noch Rasenmäht, ja, und Wandern ist auch okay, aber für das Rasenmähen muss Zeit sein, kannst du dir das einteilen? Natürlich, mache ich nachher, kein Problem, auch wenn wir stundenlang gewandert sind, ich bin eh fit und so, okay, wenn der sagt, uh, also nach dem Wandern bin ich zum Rasenmähen, dann sage ich, gut, dass wir es besprochen haben, ja, also Rasenmähen ist absolut dringend jetzt, weil sonst kannst du nur noch mit der Sense minnen und so weiter, ja, also das heißt, radikale Ehrlichkeit heißt oft auch klären in einer wertschätzenden Haltung und radikale Ehrlichkeit nicht wertschätzend, sondern eigentlich distanzlos und prüskierend und beschämend No-Go, also eigentlich gibt es keine Form, die mir einfällt, wo ich radikal distanzlos ehrlich bin. Das macht ein Narzisst, um jemand anderen zu manipulieren, um ihn eben zu schocken und dann eher eben überfahren zu können, das macht jemand, der eben auch ein Distanzproblem insgesamt hat und deshalb in einer Ehrlichkeit, sage ich mal, wie wenn jemand nicht abschätzen kann, was er beim anderen auslöst, dann halt einfach mit der Tür ins Haus fällt, das können kleine Kinder machen, ja, da versteht man es noch, weil die Kinder können noch nicht verstehen, was es für Implikationen noch hat, was es noch, also in diesem Fragealter, Kinder drei bis fünf Jahre, die fragen ja dann, warum schaust du immer so komisch, wenn du, keine Ahnung, kochst oder so, ja, oder warum gehst du nicht so oft aufs Klo wie bei anderen und so, ja, also das sind dann solche radikal ehrlichen Fragen, wo man eben beim Kind oder dann auch möglicherweise bei einem behinderten Menschen dann, also Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit Verhaltensauffälligkeiten, da dann auch ein anderes Verständnis hat, aber bei einem Erwachsenen habe ich das Verständnis nicht, weil dann denke ich mir, was will der jetzt eigentlich damit sagen, ja, was soll das? Ein zweiter Punkt ist radikale Ehrlichkeit im Konflikt, wenn es Diskussionen gibt, wo ich sagen muss, jetzt muss die Wahrheit am Tisch und wenn ich schon die ganze Zeit vermute, dass mich der Partner bedrückt, aber wir reden dauernd um den heißen Brei herum, weil ich es nicht aushalte, dass ich das anspreche, weil es sonst könnte sein, dass er sagt, ja, ich ziehe jetzt zu meiner Freundin, danke, das war's, ja, das habe ich ihr schon mal ganzes gewünscht, jetzt können wir es endlich besprechen, wieder schauen, da wäre echt wichtig, dass sie sich diese radikale Ehrlichkeit zutrauen und die wagen, weil sonst reden sie dauernd um den heißen Brei herum, alle vermuten es, alle haben das Gefühl, es ist so und keiner spricht es an. Anderes Beispiel ist, wenn die Frau vermutet, dass der Freund, der Partner eben eines ihrer Kinder missbraucht, dann kann ich nicht die Augen verschließen, was aber irrsinnig oft passiert, sondern da braucht es eine radikale Ehrlichkeit, um zu sagen, ich merke, da passt was nicht, was ist da? Und dann muss ich radikal ehrlich meine Kinder danach fragen und sagen, ich weiß es nicht sicher, ich bin mir da wirklich unsicher, aber könnte da was dran sein? Und wenn die Kinder dann sagen, ja, da ist was dran, dann muss ich handeln, dann kann ich nicht mit dieser radikalen Ehrlichkeit sagen, naja, jetzt weiß ich es, aber jetzt lassen wir es lieber, weil es ist mir alles zu schwierig und zu heiß, nein, nein, daran muss ich jetzt handeln, aber wirklich rucki zucki und zwar deutlich, dieses eine. Und das zweite ist, ich muss bitte in der Lage sein, wenn ich diese radikale Ehrlichkeit wage, muss ich auch die Wahrheit aushalten. Wenn man der Mensch jetzt sagt, ja, ich habe schon seit zwei Jahren eine Freundin und ich bin ohnehin schon längst weg, gut, dass wir es besprechen, wie können wir uns trennen, machen wir es einvernehmlich und schauen wir, dass wir das so machen, dass wir beide gut aussteigen, sodass wir es wirklich gut und gerecht teilen, dann muss ich mitmachen. Wenn ich dann sage, na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, deshalb habe ich es ja nie angesprochen, ich will ja unbedingt, dass es so bleibt, wie es ist und ich will, dass ich trenne von der Freundin und wieso kann ich ihn wieder zurückhaben, ja, dann, klar, dann muss ich es ansprechen und dann muss ich in die Richtung weitergehen, aber das ist dann auch radikal ehrlich. Und wenn der Partner in die Richtung gehen will und ich in die, ja, dann werden wir vielleicht nicht zusammenkommen, aber da braucht es dann auch Ehrlichkeit. Ich finde, gerade bei Konflikten, auch im Team, in der Arbeit, im professionellen Bereich, es muss alles am Tisch, aber wertschätzend. Also es braucht eine Transparenz, es braucht eine Klarheit, es braucht eine Ehrlichkeit und es braucht den Mut, das auch dann emotionsarm, sage ich mal, durchzuhalten, sachorientiert, das zu versprechen, dann kommt man gut weiter, sowohl in Beziehung als auch im Beruf. Sonst habe ich dauernd andere Interessen und sonst verschieben sich dann immer Dinge, wo ich mir denke, wofür tue ich mir das an? Ich komme eben nicht weiter, wenn ich dauernd aus bestimmter Hinsicht und aus bestimmter Rücksicht dann es doch nicht wage und nein, das ist falsch. Also bitte, bitte den Mut haben, die Dinge anzusprechen, aber dann muss ich es auch aushalten, wenn ich es anspreche. Und ich halte es dann leichter aus, wenn ich auch emotionsarm bleibe, wenn ich die Sachorientierung im Blick habe und wenn ich auch sage, Stopp, das muss ich mal überlegen, das kann ich nicht jetzt entscheiden, ob ich jetzt ausziehe oder nicht, ob ich mich jetzt scheiden lassen will oder nicht, ob es einfallen mich ist oder nicht, muss ich mich jetzt erst beraten von mir aus. Und apropos Beratung, Sie können gerne mich auch kontaktieren für ein kostenloses, kurzes Erstgespräch, wo wir klären können, ob ich Sie kompetent und gut weiterberaten kann. Und unten in der Videobeschreibung finden Sie den Link dazu, um sich für dieses unverbindliche, kostenlose Erstgespräch anzumelden. Alles Gute für Ihren Weg in Wertschätzung, Würde und Ehrlichkeit. Alles Gute für Ihren Weg in Wertschätzung.